Heute sprechen wir über die Modalverben. Schauen wir uns einmal ein paar Beispiele an. Das ist Claudia. Claudia möchte schlafen. Claudia kann nicht schlafen. Claudia muss zur Arbeit gehen. Claudia schläft bis 6 Uhr. Mit Modalverb Claudia möchte bis 12 Uhr schlafen. Das Modalverb steht immer an der Position 2. Neben dem Modalverb gibt es auch noch ein Verb im Infinitiv. Der Infinitiv steht am Ende. Ich muss die Modalverben lernen. Ich muss die Modalverben lernen. Es gibt 6 Modalverben. Können, dürfen, müssen, wollen, sollen, mögen und möchten. Weiter geht es mit Teil 2. Können, dürfen und müssen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir einen kleinen Kommentar da. Mehr Videos finden Sie unter Grammatik mit Norbert. Liebe Grüße, euer Norbert. Nee, 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 nee. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020